Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Take It Together mit Alex. Hallöchen! So, ähm... Ja, wir hatten schon mal einen Let's Play Skyblock und The Jumper. The Jumper war jetzt ein richtiger Fail, wo ich da wegen so einem Skelett gestorben bin. Ja, tschüss. Äh, das habt ihr nicht gehört. Also, Take It, äh, ich weiß nicht, wer es kennt, das ist so... Wie soll man es erklären? Was ist Take It? Was ist Take It? Gute Frage. Ich würde das so formulieren, das ist einfach nur eine Ansammlung von Mods. Erstmal. Plus ein paar extra Gegenstände, die man da bauen kann. Ähm, das ist eher gesagt, wie so ein Technik-Mod, dass wir da, ähm... zum Beispiel, ein... Wie nennt man das nochmal? Stromkraftwerk? Werktblock oder so bauen müssen, damit wir dann Strom haben und mit den Strom können wir dann was machen. Wir haben das jetzt nicht... Ja. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Wir haben das noch nicht so, äh, über den Mod beschäftigt, aber egal. Ich hab... Ich hab schon mal einen Crafting Table. Uh. Ja. Und da ist eine Coo. Da ist dein bester Freund. Alter, was ist das für eine Coo? Boah, weißt du das? Dat ist die Troller. Ähm. Das ist doch keine Coo, Alter. Das ist ein pelziges Etwas. Ich hab am Anfang gedacht, bei dem Tech-Tripeg hier, das wär'n Bär. Ist das die... Ja, genau. Da hab ich gedacht, das wär'n Bär. Ich weiß nicht, warum. Das sah aus wie ein Bär. Das ist das... Guck mal, ne Coo hat doch keinen Pelz, oder? Doch, ne, die hat einfach nur ein Leder und darauf fahre. Bei mir ist das ein Pelz. Ja, bei mir auch. Das ist wie so'n Bär. So, ich setz... Wo ich setz... Hier setz' ich mal den... Okay. Ja. Ähm, ich mach mal... ...ne Spitzhacke. Okay. Alter, da sind so viele Kühe, da können wir dann auf alle Fälle mal ein paar unbegeben. 30 FPS ist ein Skid nicht, äh, niedriger als 30. Das ist ja mal geil. Ich hab' 60. Wie ihr hier seht, ihr seht hier das 2-Many-Items-Feld. Das werden wir aber nicht benutzen. Das ist eigentlich nur da, um hier, ähm, zum Beispiel... Ja, guckt euch das an, wie viele Gegenstände. Das ist einfach nur krass. Tech-It, äh, in... Beinhaltet 41 Mods. Das ist halt sowas wie, ähm... Hier kann man gucken, wie das gebaut wird. Man kann ja nicht alles merken, wie alles gecraftet wird. Mit R. Da können wir jetzt zum Beispiel gucken, ja, das und das brauchen wir für das dann. Ne, ich... Ich muss gar nicht R machen. Nein? Nö. Na, egal, ich mach einfach mit R. Kann man das später... Du kannst dir das auch so einstellen, dass du es einfach so... Achso, okay. Du musst da, wenn du in dem Feld, also bei Too Many Items drin bist, musst du unten links bei Optionen und dann musst du, ähm, neben dem ersten links, also das rechte da, wo du dann Cheat Mode und alles einstellen kannst, äh, Rezept Modus einfach machen. Dann kannst du einfach draufdrücken und dann siehst du das ganze Rezept. Okay, Moment, ich glaub, du bist grad ein bisschen zu laut, weil eben noch, weil du eben noch leise warst. Ich hab dich ja eben lauter gestellt. Ähm, kurz. Hier. So, sag mal was. Hallo? Ja, so muss so gut sein. So. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, äh, Techett ist grad bei mir abgeschmiert. Äh, frag mich nicht warum. Lappen. Was willst du denn jetzt? Das ist meine Erklärung dafür. Wenn du im Lappen bist. Ich bin kein Lappen. Ego, wo das ist. Oh, ho, ho. Ja, egal. Äh, ich suche jetzt mal Steine. Was da. Was? Was ist das für ein Zeug, Alter? Wo bist du? Oh, geil, Eisen, ich hab Eisen. Ich hab Eisen. Ich hab Eisen. Ich werd's nicht heilen. Was ist mit Eisen? Ich find gleich Diamanten. Mit ner Steinspitzehacke. Trinkt ja auch so viel. Oh, ja. Du wirst noch sehen. Ich, ähm. Ah, warte mal. Spilt meine. Ah, ich hab immer noch... Ich hab noch mehr Eisen. Ich bin... Ich hab einfach skill. Beim Eisen sammeln kann mich keiner... Ach so. Ach so. Ja, wart ab. Ich mach mir jetzt ne Steinspitzehacke und dann bist du dran. Wow, ich mach jetzt noch auf. Äh, Sound ist okay? Ja, 10% okay. Äh. Ja, man sollte nur... Ich sollte mal Kohle finden. Ja, du solltest mal machen. Und... Und mein Apel essen. Tu das doch. Lecker. Wo hast du denn nen Apfel? Nachdem es ja Bäume gibt? Vom Baum? Ja, schon klar. Oh Mann, hier ist voll dunkel. Hier sieht man bestimmt nix. Ich grad mich jetzt mal kurz da rein. Ah, was ist? Junge, was ist, Junge? Ich mach mir ne Steinspitzehacke, grad mich kurz ein Feld weiter und finde Eisen. Fuck you, Alter. Fuck you. Ist das Eisen? Ah ja. Ich hab Skill, ich hab Skill. Ich hab auch Skill. Ach so. Naja gut, bei dir ist es ein bisschen bitterer als bei mir, weil du hattest nur noch ein Feld vor dir. Bevor du Eisen gefunden hast. Ja. Das war schon hyper. Bitter. Das war schon Skill, Alter. Das ist Skill. Okay. Okay, ich hätte zusammenstreckt mal zehn Eisen. Ich hab, äh. Verdammt. Egal. Ich hab mir nicht Geld. Ne, ich hab's, äh. Egal. Äh, ja. Wir sollten Holz holen eigentlich. Was wohl... Warum suchen wir Eisen? Wieso nicht? Ja, äh. Darum halt. Ohne Eisen können wir kein Oranium abbauen? Und ohne Eisen können wir... Äh. Und ohne Haus werden wir sterben. Ja, komm mal wieder hoch. War ja gut. Bleib mal dort stehen. Okay. Ich komm mal zu dir. Ah, hinten. Ich hab ne Höle gefunden. Ja, da gehst du jetzt nicht rein. Wir suchen jetzt, äh. Nein, nicht. Eine Höle für ein Haus. Eine gute Höle für ein Haus. Wir haben genug Holz. Wir können uns zeigt mal ein kleines Häuschen bauen. Einfach nur für die ersten drei Nichts oder so. Stimmt, da auch wieder. Ähm. Gut, dann fang ich mal anzubauen. Okay. Also, ähm. Wir fangen jetzt nicht direkt schon mit Techit an, sondern wir bereiten uns sozusagen erstmal vor. Wir haben keinen Plan, wie das hier alles geht. Also, wie... Doch, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Einfach mal kurz da in den Crafting-Rezepten gucken und dann bauen wir das einfach. Ja, gut, aber ich mein jetzt von Stromkreisen und so haben wir keinen Plan. Ja, da darf ich schon ein bisschen Ahnung von, doch. Ah, okay. Im Keller, ähm, machen wir dann den... Wie heißer? Also, nee, nicht da. Machen wir dann den... Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich werde ihn finden und dann können wir den auch craften. Aber am Anfang brauchen wir erstmal ganz viele Rohstoffe dafür und so. Meinst du nicht deinen, sagen wir? Nee, das ist so wie so ein Kraftwerk halt. So, so ein... Wie... Hm, ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ehm, egal. Den brauchen wir halt, um Strom zu erzeugen. Wir tun halt in den Keller rein. Und, ähm, da machen wir schon... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich komm auch nicht auf den Namen. Äh, ex-fekte oder so? Jetzt... Was schon? Ja. Schon? Schau doch zum Himmel. Ja, ja, ich weiß schon, aber... Schon? Okay, ja, egal, dann, wir haben genug Holz. Einfach eine kleine Hütte, so eine hässliche... Ah, da... Lol, okay. Ja, mach du das mal, ich fahre mir weiter Holz. Das sind jetzt zwar zwei verschiedene Holzarten, aber ich glaub, das ist egal, hauptsache Schutz. Und ich verbrau mich jetzt nicht. Hast du Kohle? Kohle hab ich nicht. Ja, toll. Du musst versuchen. Oder mach ich schnell Holzkohle. Ja, lass mal Kohle machen. Dann aber schnell beeilen, sonst sieht man nachher den YouTube nix mehr. Ja. Ja. Ofen. Bitte. Ja, klar. Klau mir alles. Schnell reingehen. Ja, okay. Das sieht so hässlich aus. Ich hasse das Bugs. Ganz ehrlich. Ja. Ich finde das Bugs irgendwie hässlich. Ja, das Bugs. Aber das ist ein... Für Tecate ist ein gutes Texture Pack. Achso. Ja. Ja, mach Holzkohle. Ja, Moment. Hier, geh mal. Oder mach einfach Fackeln. Äh, ja. Ja, Tür. Wär immer angebracht, ne? Ja, ich hab kein Holz mehr. Wir zocken übrigens auf einen Nitradoserver. What the fuck, Creeper? Ah, ne. Ich dachte, das wäre ein Creeper, Alter. Ich kenne mich ja gar nicht mit dem Texture Pack aus. Stirb, stirb, stirb. Für alle, die grad mein Video sehen, das...